Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass das so einen Bock macht, ey. Es ist immer viel geiler, als man so denkt. Zweit. Ah. Zutreut. Alles ab. Ja, klar. Ja. Ja, was passiert? Hier geht schon richtig die Post ab. Noch gar nicht da. Ja, hier sind auf einmal Gegner gekommen. Ich muss mal meinen ganzen Müll hier, meine ganzen Sachen verkaufen. Oh, was ist das denn? Hier waren wir doch gestern schon. Ach da. Ach, die haben da eben... Oh, alles klar. Schon wieder. Ja, wir mit den Zivilisten, das können wir echt gut. Oh Mann, ey. So. Ah, nee. Komm rein hier in den... Yeah. Gemeinde baden hier. Wenn man sich das mal überlegt, ein Typ im Assassinen-Kostüm schlachtet irgendwelche Leute. Oh, das war einer von uns. Wie war das einer von uns? Ja. Ich habe das Radio jetzt ausgemacht hier. Warum kriege ich das Radio nicht aus? Oha. Oha. Alter. Alter, die haben den scheiß MG. Warte. Das ist unsers. Das ist unsers, ja. Das ist unsers, ja. Alter. Alter, ich bin sofort Tauen. Was? Fuck. Ich schaffe es auch nicht. Doch, ich schaffe es, Mann. Ich bin der Beste. Hä? Fuck, rette mich. Ich bin halt voll Idioten irgendwie. Die checken nicht, dass ich hier bin manchmal. Tja. Alter, der hat mir zwei gegeben und dann war es das direkt. Na, aber jetzt ist die Superwaffe. Oha. Ich drücke immer F. Wo soll man denn mal hinfahren jetzt? Ich guck mal. Au. Fass ab. Hä? Oh mein Gott. Partner wurde entdeckt. Das ist schon scheiße. Was? So, ich gehe mal in die Karte. Hier, so einen Sekten auspassen können wir mal befreuen. Ja. Finden wir ja gleich in der Nähe. Das können wir ja gut. Ich bin immer sehr unauffällig. Haha. Vor allem jetzt, ey, wo wir übelst, äh, hier. Alter, was ist das? Was? Das stockt voll manchmal. Guck mal, das leckt total. Ja. Was? Was ist denn mit dem Internet los? Das leckt übertrieben. Hoffentlich bleibt das nicht so. Echt war das gestern, gestern war das nicht so, ne? Ne. Aber gerade eben bist du voll gegen den Baum gefahren und obwohl du schon woanders warst, so. Ja. Gegen den Baum bin ich nicht gefahren. Okay. Alter, da ist ein Hubschrauber. Geil. Ah, aber mir leckt es auch übel. Töte sie. Au. Fuck. Schladehemmungen. Ah, das leckt bei mir auch übel. Ah, ich bin down. Hä? Wie geht das denn? Ja, die haben von überall auf mich geschossen und dann hat es natürlich noch geleckt. Dann habe ich die Gegner einmal später gefunden. Oh, oh, von hinten, Alter. Oh, ich bin tot. Alter, Alter, ausgerechnet jetzt kommt hier ein Konvoi. Ah. Das war, glaube ich, das war einfach die Verstärkung, die die gerufen haben. Ne, ich glaube, das war ein Konvoi, weil da war nämlich so eine Markierung. Ja, okay, du hast recht. Ja, ich hoffe, das bleibt echt nicht so mit dem Lecken. Ansonsten starten war das Game nochmal neu. Erstmal gleich mal anpassen. Au, au, au. Da geht es gleich ab. Oh. Ach, mir ist gestern was aufgefallen. Was denn? Angriff! Oh. Deckung wäre ganz gut. Ich bin fast tot. Ich auch. Scharfschütze. Ist die Frage, wo? Ach, schwer. Ich kann... Scharfschütze tot. Fuck, wir müssen hier weg. Wir brauchen... Hier ist ganz gut. Ah, ich bin sofort down. Das war doch gestern nicht so. Nee. Ja. Ich kriege hier auch die ganze Zeit voll auf die Fresse. Ein Hund holt dich, glaube ich, wieder, oder? Ah, krass. Ehrendoggo. Boah, ist dringend. Boah, ist dringend. Aufpassen! 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 Deine Zeit hier ist zu Ende. Pardon. Das bringt... Das... Oh mein Gott. Ha. Hä, was? Warum passiert jetzt nichts? Ja. Ha. Ich hab auch mal überlegt, mir so eine Flagge zu kaufen. Ein amerikanisches? Ja, aber mit diesen... Mit diesen... Zeichen drauf. Nicht mit den normalen Sternen, sondern... Genau, gibt's ja. Ja, ist voll gut. Aber wenn man sich selber so eine machen lässt, dann kostet das 200 Euro und... Da? Alter, ist das alles am Backen? Das ist nochmal neue Starten. Ja, würde ich auch sagen. Ach so, genau, was mir gestern aufgefallen ist... Hm. Der... Ich hab jetzt erstmal eine Harschbacke drin. Der Hund... Was denn? Das hab ich gestern nicht gesehen, aber der Hund... Hab ich im Video dann gesehen... Hat von meinem Gegner, als ich keine Waffe hatte... Die Waffe hat weggenommen und hat mir die gebracht. Äh, wie geil. Gewehr. Die wurden gezeichnet, scheiße, man. Wie, jetzt echt? Standabout. Oh, fuck. Ich will schnell meine Waffe... Jetzt kommen die an und machen Stunk. Fuck. Äh, was ist das denn? Ach, okay, ah. Jetzt schon? Kann man auch abhauen? Nee, ich glaub nicht. Oh, wie doof. Jetzt müssen wir jetzt... Jetzt kann ich mal Joghurt weiter essen. Es gibt ja diese Missionen, wo man dann... So ganz langsam durch die Level muss. Bei Faith. Das find ich so nervig. Ich hab' gehasst, ey. Okay. Okay. Das haben wir nicht zu entscheiden. Bringen Sie runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt passiert. Ich auch nicht. Die da nicht. Sie ist nicht rein. Nein, Joghurt. Du musst sie lieben, Joghurt. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bring sie zu mir. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Du hast ein Geschenk gehalten. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Oder ob du abhälst. Oh Mann, ich hör' Amok laufen. Sie wird die Entsinnung erreicht. Das ist gleich vorbei. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen worden. Ja, Joseph. Du wirst bekennen, jede Sünde, die du je begangen hast, egal wie belanglos, egal wie klein. Dann sehen wir, ob du die Entsinnung wert bist. Guckst du dir das an? Wenn wir einfach beichten müssen, müssen wir doch, oder? Ja, man kann es überspringen, aber... Wie denn nochmal? Escape. Aber ich guck mir das alles an. Und dann... ...kann ich nicht überspringen. Ihr schreibt eure Sünden heraus. Dann trabt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Fluchte Peggys! Wir werden gerettet! Wir werden gerettet! Nicht in das Land geführt hat, um es in Besitz zu nehmen. Wenn er hier viele Völker aus dem Weg holt, dann sollst du sie der Vernichtung weihen. Ah, jetzt kommt dieser Pastor. Ach krass, da sieht man, dass er die Waffe in der Bibel hat. Das ist ja geil. Nach dem ganzen Ärger wollen wir dich nicht wieder verlieren. Ich will auch so eine Bibel. Ich will auch so eine Waffe. Oh, hä? Achso, okay. Oh, jetzt müssen wir hier tausend Jahre kämpfen. Ich glaube, es wird verwackt. Wie? Oder? Stürmen! Oh, lieber doch nicht. Warum kann ich den nicht töten? Ich habe voll lange auf den draufgeballert. Oh, oh. Fuck. Hörst du, dass auch was da redet? Ja. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie brauchen, wenn wir das durchziehen wollen. Yeah! Yeah! Cool. Ey, was ist das für eine Mühle? Ich weiß, Feuer nicht mit mir an! Ah, muss man schon. Oh, oh. Oh, fuck. Mörser, Mörser. Ach. Ja, das ist diese Mission, wo wir immer in die Höhlen uns verstecken müssen. Oh. Oh, shit. Oh, geil. Hier ist ein Medikit. Recht ein Medikit. Oh, was ist das bei dir? Hallo? Ja. Kann ich hier bleiben? Hier unten können wir gleich bleiben. Oder auch nicht. Scheiße. Oh, fuck. Als ob, man. Das ist so dämlich. Ja, das war's. Das haben, wirklich, das haben sie so doof dämlich gemacht, ey. Ich bin da auch, als ich das allein gezockt habe, so oft gestorben. Kann ja nicht sein. Beim ersten Mal auch manchmal. Alter. Egal, weiter. Ich glaube, wir müssen hier hin. Als ob ich jetzt brenne. Und down. Fuck. Bist du unter einer Brücke? Ja. Scheiße. Boah, das sieht aber hart aus, ey. Okay, jetzt schnell weg, wa? Wohin? Hier rein. Haha. Warte mal, sind wir jetzt an der Brücke vorbei? Ne, ne. Schnell weiter rennen einfach. Einfach weiter rennen. Jo. Das geht nämlich. Ach, geil. Mit Seilrutsche. Den killen wir jetzt erstmal. Okay. Diese Peggy's wollen uns wirklich um jeden Preis in Johns Bunker werden. Easy. Warte mal, ich plündere den hier mal. Ich nehme den Mörder. Scheiße. Danke, der Beauty. Oh, da sind sie schon. Schnellige Feinz. Du willst wirklich... Hey, pass auf! Och. Haha. Zack. Fuh. Oh, Alter, der ist viel hochgeflogen. Wie echt? Da kommen sie. Fuh. Als ob jetzt jemand hier in den Mörser hinballert. Fum. Äh, ich bin angeschossen. Was? Ich bin tot. Fuck. Ah, scheiße. Wechsel doch zur Waffe, Mann. Er macht einfach nichts. Oh, geil, danke. Oh, fuck. Oh, fuck. Wo ist denn der Typ, Mann? Ah, scheiße. Alter, ich sehe gar nichts mehr. Andere Seite. Geht gleich im Arsch. Oh, ob das gut geht. Ich gehe mal hier unten hin. Ich auch. Hier ist nämlich ein Bunker. So, warte mal. Okay. Sollen wir mal rein hier versuchen. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Echt? Wo? Komm mal her, du. Oh. Fuck. Ich vergesse immer, dass es auch schwer ist. Naja, ich habe dem Piloten einen Headshot gegeben. So kann man es auch machen. Also du hast den Schlüssel dafür gefunden? Jo. Dann müsste es das ja gewesen sein. Ach, krass. Lass mich rein. Oh, warte mal. Ich glaube, ich kenne das. Wenn wir das hier aufmachen, dann explodiert hier irgendwie alles. Echt? Ja, ich weiß nicht mehr genau, was man machen muss. Ich finde, ich glaube, gucken wir uns mal um hier. Oh. Hier ist so ein Schalter, der piept die ganze Zeit. Soll ich den mal aktivieren? Ah. Ich bin down. Echt? Hm. Ich bin schnell in den Raum reingegangen hier. Fuck. Okay, äh. Meinst du, ich gehe jetzt auch tot, wenn ich da reinkomme? Keine Ahnung. Ey, ich bin... Alter! Alter! Ich kann nicht mehr zu dir hin. Ach, du Scheiße! Ich kann irgendwie nicht mehr zu dir hin. Das ist abgesperrt. Ah, wie scheiße das ist, ey. Doch jetzt, jetzt. Da ist bei mir auch nochmal alles explodiert. Voll dumm. Warte mal, wo war denn der Raum? Hier. Folg mir. Man hatte doch auch so ein Menü, ne? Wo man dann, ähm, Handkanaten oder C4-Sprengstoff auswählen konnte. Wie konnte man das denn nochmal aufrufen? Mit Q. Ah. Okay. Aha, ich hab voll viel Scheiß. Großen ist Krieg. Warte, ich guck mal, was ich hier... Ich benutze mal welche. Ich glaube, ich mach erst mal das mit den... Schlossknacken. Zusätzliche Holster. Acht Stück, warte. Du brauchst acht... Zu... äh, äh... Acht, äh, Fertigkeitspunkte für den zusätzlichen Holster. Ah, ich hab sieben. Ah, shit. Aber gut, immerhin, ich kann jetzt diese Schlösser öffnen, das ist gut für uns. Okay, ja, dann muss ich das ja eigentlich nicht machen. Warum ist da oben jemand down? Ist das unser Kollege? Ja, kann sein. Äh, 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 liegt der hier rum. No. Okay. Warte, wie kann doch... WTF? Dein Ernst? Was denn? Ja, mit dem Ding, äh, kackst doch gleich ab, ey. Waren da zwei? Dö, 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 dö. Ja, der stand da noch rum. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Pass auf, Mann. Ey, was denn? Nicht, dass wir hier voll am Abkratzen sind. Habe ich überhaupt einen Schweißbrenner? Ich glaube, den muss man erst freischalten. Ah, pass auf. Ey, Mann! Was? Ich hab keinen Bock wieder zum achten Mal zu sterben. Helikopter Action. Wie kann man denn sinken? Neben Wasser. Wie sinkt man? C. Dumm. Ach so, das ist ja dumm. Was ist das jetzt hier? Wie wollen wir das schon? Ja, aber wir konnten ja den Container nicht aufmachen. Aha. Konntest du auch? Jo. Zum Glück. War nur Geld dran, voll da hin. Was ist hier los? Was ist hier los? Bam, 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 bam. Waaaah. Oh krass, hier gibt's... Ich bin tot. Jetzt echt? Ja. Ja. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Was? Wir sind glaub ich zwei Typen oder so. Fuck, Alter. Alle mal zu... Ich bin tot. Ich bin tot. So, das war's da jetzt, oder? Jo. Vier Missgeburten umgebracht hier. So, jetzt hier ganz entspannt einkaufen. Hier muss man erstmal aufräumen. Oh, warte mal, war ich das? Boah. Ich glaub schon. Obwohl, ne, da sind irgendwelche mit Flammenwerfer. Mit Flammenwerfer. Aber die Typen sind glaub ich stärker. Hm, die sind voll behindert, man. Wenn man die in den Rücken schießt, dann explodieren die. Echt? Bei einem Schuss? Ich hab übrigens ein Dings. Ein Schalli. Hab ich auch. Hä? Warum passiert da nichts? Ah! Warte mal. Ich... Wir können hier hoch. Wom renne ich denn jetzt, Alter? Das ist wirklich... Hm. Ich auch grad. Einfach so. Och, nee. Oh, fuck. Mach das. Oh, ein Bär! Oh, oh. Nein! Ah! Down! Hier, ne? Komm her! Ja! Alter, krass. Oh, fuck. Oh, ist das dämlich. Ja, hast du nochmal draufgedrückt, ne? Scheiße. Ich hab auch fast draufgedrückt. Ist doch auch schwachsinnig, warum man dann nichts machen muss. Ja. Oh. Ich werd' nichts überreden. Ich hab' nichts überreden. Ein super Assassine. So jetzt. Oh! Oh! Oh, das war knapp. Oh! Oh, fette Beute! Öh! Fette Beute? Wo? Ah, hier. Tüff, tüff. Hä? Oh, der hatte was für uns. Drecksrindvieh, Alter. Okay, jetzt ist es tot. Oder von einer Kuh gerannt oder was? Wir haben die Kuh hat ihn umgebracht. So, Zusatzholz da. Zack. Oha. So, wo fahren wir denn mal hin? Der Nase nach. Nebenmission. Das hört sich gut an. Das ist... Kleine Schnicksen ist ja scheiße. Ah ja, das ist echt übel scheiße. Okay, dann fahren wir zu dieser Nebenmission da. Oh. Stinkt hier. Ei, ei, ei. Oh, Sektentyp. Oh, Convoys. Oh, Sektentyp. Yeah. Alter Schwede. Ich bin wieder fast tot. Ne, die fahren ja dann immer weiter. Sie weg. Ich fahre da rein. Pass auf. Oh fuck, keine Minute mehr. Ne, das muss noch kurz korrigiert werden. Willst du hin, Kumpel? Ah. Yeah. Jetzt wird richtig durchgedreht. Alter, ich hab da eine Granate hingeballert. Ich auch. Äh, was, das war ja voll schlecht. Okay, ähm, wir können weiter. Okay. Bist du noch oben drauf? Ja, klar. Oh. Was ist das, die? Wir werden verfolgt. Ich kümmer mich da rum. Oh, der ruft Verstärkung. Yeah, jetzt geht's da. Okay, schnell raus hier. Sie kommen. Ja, wo sind sie? Ja. Oh, der ist krass. Ja, ist der tot. Ich hab nen Takedown gemacht. Wow, yeah. Krass, guck mal. Dann können wir wieder hier... Warte, ich nehme noch die NG mit. Als ob der jetzt woanders hinfährt. Guck mal, fahren wir mal dahin. Wo nämlich diese... Ah, ich glaube, er kommt. Er kommt. So, warte. Wir wollen doch... Ach, das ist die Neemission hier. Da hinten. Au. Sorry. Ich muss den Spaß mal kurz unterbrechen. Äh. Ich muss den Spaß mal kurz unterbrechen. Ich muss den Spaß mal kurz unterbrechen. Ich muss den Spaß mal kurz unterbrechen. Vielen Dank.